Heute sprechen wir über die besten Vakuumierer im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Vakuumierer im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 der WMF Vakuumierer überzeugt vor allem durch seine hohe Verarbeitungs- und vertrauenswürdige Qualität. Die Lebensmittel können sowohl auf der Folienrolle als auch in Beuteln vakuumiert werden. So können Sie die Variante wählen, die Ihnen am meisten gefällt. Bei der Bestellung können Sie zwischen Folienrollen oder Beuteln wählen. Im Lieferumfang sind 5 Saches und eine Folienrolle enthalten, damit Sie direkt testen können, welche Sorte Sie bevorzugen. Über 5 Tasten lässt sich der WMF Vakuumierer einfach bedienen und die passenden Einstellungen vornehmen. Das Vakuumieren von flüssigen und festen Lebensmitteln ist möglich. Weitere Funktionen sind jedoch nicht vorhanden. Nummer 4 das Vakuumiergerät Klarstein ist aufgrund der normalen Exzellenz von Klarstein ein sehr einfaches Gartget. Der Vakuumierer ist in drei Farben erhältlich und passt in jede Küche. Der Vakuumierer erkennt automatisch die Konsistenz und ändert den Vakuumiervorgang entsprechend. Sie können auch sehr weiche Lebensmittel versiegeln, ohne diese durch Vakuum zu beschädigen. Die Reinigung des Klarstein Vakuumierers ist ganz einfach, denn der Flüssigkeitsbehälter lässt sich entnehmen und reinigen. Das Kabel lässt sich an der Unterseite montieren und das Vakuumiergerät lässt sich einfach verstauen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 der Vakuumierer Kalmdo wurde vierter. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Zum einen ist die Bedienung über eine Tastatur sehr einfach, zum anderen können Lebensmittel über einen Schlauch extern vakuumiert werden. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie ein wirklich großes Fleischstück vakuumieren möchten, das nicht in den Vakuumierer passt. Die Vakuumierfunktion Suswide Kalmdo enthält eine Folienrolle, mit der Sie sofort loslegen können. Der Nachteil ist, dass der Kalmdo Vakuumierer mit 68 dB relativ laut ist. Alternativen arbeiten hier deutlich leiser. Nummer 2 der Bansenkettchen Vakuumierer ist ein 4 in 1 Gerät zum Versiegeln von trockenen und feuchten Lebensmitteln durchsaugen. Sie können die Ideale in drei verschiedenen Farben für Ihre Küche auswählen. Der Vakuumierer ist recht stabil und kann mit einem Gewicht von 2,5 Kilo problemlos transportiert und gelagert werden. Für den Direktstart ist es sinnvoll, die im Lieferumfang enthaltenen Folienrollen und Vakuumbeutel zu verwenden. Im Lieferumfang sind auch Beutel zu finden, die mit Reißverschlüssen verschließbar sind und zwei Ersatzsiegel für das Vakuumiergerät. Und die Nummer 1 unserer Liste der Kasse Vakuumierer ist unser Testsieger. Dieser Stab Vakuumierer eignet sich hervorragend für jeden Haushalt, in dem regelmäßig Lebensmittel vakuumiert werden. Mit diesem Vakuumiergerät VC10 können Sie Lebensmittel mit einer Breite von bis zu 30 cm durchsieben. Der Lieferumfang umfasst 10 Beutel für das Vakuumiergerät Caso. Die richtige kann aus zwei Varianten ausgewählt werden. Die Version aus Edelstahl ist extrem gut, aber auch viel teurer. Das Bedienfeld wird oben auf dem Vakuumierer montiert und ist sehr einfach zu bedienen. Hier können Sie per Knopfdruck die richtige Einstellung auswählen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal.